Ja, denk ich auch nicht. Ach du, ja. Ui, der hat er gut, gut, gut kassiert, der ging ins Gesicht. Also Rambo treibt ihn hier vor sich her. Ja. Holt die Schläge von oben nach unten aus. Sieht man auch selten bis gar nicht. Also, da kannst du dich mit dem Ellenbogen, macht's alles in Ordnung. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die meine Influencer-Veranstaltung mit 12.6 tolerieren. Aber kommt hier auch durch mit seinen rechten Schlägen. Aber Engelsgesicht muss ja sagen, er stellt sich dem Ganzen trotzdem. Er läuft nicht weg, aber er schaut kaum hin. Ja, also mit dem Nicht-Weglaufen meinst du, dass er sich in den Ring gestellt hat? Ja, nee, aber er versucht schon auch was zu machen. Also er ist nicht nur im Rückwärtsgang. Ja. Stimmt, er versucht's. Aber sieht natürlich ein bisschen unbeholfen aus. Oh. Aber Würgen, Würgen ist nicht erlaubt. Ja, aber der hängt hier jetzt gerade auch am untersten Ringseil. Ähm, mit beiden Händen am Heiz gewesen, Rambo. Das darf man nicht... Ah, der Ringrichter ermahnt ihn aber auch genau deswegen. Hast du super beobachtet. So, die ganze Halle steht jetzt. Ja, man sitzt schon fast im Ring. Da hängen Leute an den Traversen. Unfassbar. Ja, unfassbar. Aber so wie die zwei es sich auch gegeben haben, ne, im Internet, auf TikTok und Co., ist das schon ein sehr heißer Kampf, sag ich mal, ne. Ja. Die haben ja nichts ausgelassen. Auch bei der Pressekonferenz kam es zu Tumulten zwischen beiden. Herr Engelsgesicht, der ist jüngst auch wieder Ärger gehabt vor dem Filmtasino in München. Ja, wieder beide Hände am Hals gewesen. Jetzt aber im Schwitzkasten. Bringt ihn zu Boden, Rambo. Ja. Er hat den Mundschutz ausgespuckt. Ref, ref, der Mundschutz ist raus. Das sieht der Referee. Ja. Steckt ihn den Mundschutz wieder rein. In der Position dran, Rambo. Natürlich. Jetzt müssen dann Ground and Pout enden. Genau. Und es sind zwei Minuten, also er kann es nicht über die Zeit retten. Er muss sich da selber rausbefreien. Sonst ist die Nummer hier unendlich rum. Aber Rambo kommt auch nicht ordentlich durch. Eine Geste, die wir hier unkommentiert lassen. Was ist jetzt los? Boah, aber Engelsgesicht gut gezeichnet. Der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Engelsgesicht, guck mal, wie das anschwillt bei ihm am Kopf. Siehst du es? Ja, ich sehe es gerade. An der Augenbraue. Ja. Der Kampf ist vorbei. Der Ringerichter hat den Kampf abgebrochen. Der Ringerichter hat den Kampf abgebrochen, das ist richtig gesehen. Ja. Auch nachvollziehbar. Ja. Also Engelsgesicht am Boden, unbeholfen. Hat diverse Schläge im Stand, aber auch am Boden einstecken müssen. Die Security versuchen hier die ganzen Zuschauer vom Ring fernzuhalten. So, jetzt mal einen großen Applaus für meine Kämpfer. Ja, da gab es tatsächlich gelaufen. Ja. Das offizielle, das offizielle Ergebnis. Ein großer Applaus für beide Kämpfer, für Chad und für Rambo. Ben. Ben. Ich bin hier auf der anderen Seite. Ben. Wir. Komm her. Komm her. So. Liebe Freunde. Liebe Freunde, das war's für heute Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Also, das war's auf Düsseldorf. Wir wollten noch mal eine schöne...